Ja, guten Tag, heute bin ich der Psychologe Christian Schemeyer, gerade noch im Podcast-Modus, wir sind bald wieder auf Video. Ja, ich habe wieder eine Mail bekommen, du kannst solche Mails auch schicken über ein Formular auf Liebeschip.de und ja, es geht mal wieder um einen Dreieck, also seht es mir nach, ich lese das vor, was ich bekomme, ihr könnt mir gerne andere Mails schicken, aber das ist das, was ich immer wieder bekomme und solange ich das bekomme, ja, scheint es immer noch viele Leute zu betreffen, ich kann es mir gar nicht glauben, aber ja, geht wieder darum, wie gehe ich mit einem Dreieck, ich sage mal so einen ganz einfachen Umgang mit so einem Dreieck, beziehungsweise bevor ein Dreieck entsteht, ist hier auch so ein bisschen, wie gehe ich damit um. Hallo lieber Christian, ich glaube, du hast in meiner Situation noch kein Video gemacht, doch, hundertprozentig, aber machen wir nochmal, es gibt wie so häufig immer ein Dreieck, ich habe vor anderthalb Jahren einen neuen Job angefangen, zu dem Zeitpunkt war ich verheiratet, 15 Jahre Beziehung, aber schon sicher drei Jahre unglücklich, mit ständigen Gedanken mich zu trennen, auch ein paar Therapie habe ich gemacht, allerdings ist man mal nicht gekommen. Okay, ja, wenn ein Partner nicht kommt, ist das auch immer ein schlechtes Zeichen, aber mit Kindern trägt man sich ja nicht so einfach und ich habe es danach auch noch ein gutes Jahr laufen lassen. Ja, fair enough, kann ich gut verstehen. Zu dieser Zeit lernte ich meinen Vorgesetzten besser kennen, er schrieb mir plötzlich privat, ich wollte das eigentlich nicht, weil wir verheiratet sind, außer so ein Viereck, herrlich, und er, wie gesagt, mein Chef ist, aber ich mache auch die Info anfang an und es kam zu immer intensiveren Austausch per Messenger, bis wir uns getroffen und geküsst haben. Das war im Januar, für mich war damit meine Ehe endgültig zu Ende, ich habe mich im Februar getrennt und bin im Mai ausgezogen. Ja, also da kann ich jetzt, das passiert, also von so langjährigen Beziehungen, da fran sind die Enden manchmal aus und ja, also da kann ich jetzt, das ist halt so, du hast dann Konsequenzen gezogen, da ist ja noch gar nichts groß passiert und ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt Dreieck nennen, wenn es noch dich betreffen würde, aber er ist ja noch verheiratet, insofern, ja, es ist leider wieder ein Dreieck, ja. Ich habe sehr starke Gefühle für meinen Kollegen, angeblich auch für mich, ja, aber scheinbar nicht so große, dass er sich auch trennt, ne, wie das denn immer so ist, ne. Wir haben uns mehrfach im Büro geküsst und angefasst, okay, was stellen wir uns da jetzt vor, aber immer noch großes, schlechtes Gewissen und kann es eigentlich nicht. Er macht immer wieder einen Rückzieher. Er sagt, er liebt mich, ja, oh mein Gott, dieses Wort ist einfach so oft durch den Wolf gedreht worden, ey, was hat das denn mit Liebe zu tun, aber okay. Und dass er mit mir zusammen sein möchte, ja, offensichtlich nicht, sonst würde er das ja machen. Das ist immer eigentlich ganz einfach, wenn jemand sagt, ich möchte so gern mir einen Goldfisch kaufen, aber er kauft sich keinen. Ja, was ist es dann wert, ne. Das ist für den Arsch. Ja. Er kann aber momentan, ja, das ist dann immer so, ich kann gerade meine Frau nicht verlassen. Ja, weil, ich kann ja schon gar keine Witz mehr drüber machen, was einfach immer der gleiche Dreck ist. Es ist immer der gleiche Dreck. Und ja, er will halt rum, rumschawenzeln und trotzdem, äh, soll seine Frau weiter die Pische waschen und er will seine Hürde nicht verlieren und, äh, das ist einfach immer der gleiche Chance irgendwie, ne. Ähm, also, jetzt, der Grund hier ist, weil der Schulwechsel der Kinder ansteht, ja. Ja. Ja, ja, Und dann rate ich natürlich ständig Schulwechsel an und dann werden sie konfirmiert und dann ist Jugendweihe und dann ist Geburtstag und dann ist ein Kind krank und dann ist die Frau krank und dann ist der Dackel krank und dann wird ein neues Haus gebaut und zack hängst du 35 Jahre im Dreieck. Ja, so läuft das immer. Es gab zwar schon mehrfach Trennungsgespräche, aber sie lässt ihn einfach nicht los. Was die Leute glaubt und ich immer so, scheiß, was soll das heißen, sie lässt sie nicht los, sie lässt sie nicht gehen und dann sagt er, okay, ich liebe zu einer anderen, aber ich bleibe jetzt, weil du mich nicht gehen lässt. Also ich glaube das nicht, sage ich ganz ehrlich, aber ich kann es nicht, vielleicht hat er das geführt, aber dann hat sie offensichtlich keinen Eindruck. Also Worte sind einfach für den Arsch, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Also ich weiß, ich sage das, jede Mail, das Worte hört auf, an Worte zu glauben, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich noch, ich sage es so oft. Fakt ist, er trennt sich nicht, mehr musst du nicht wissen. So, wie geht man damit um? Das ist total simpel. Man sagt einfach, ja, alles klar, wir hatten hier einen kleinen Ocho-Kutscher, wir haben uns geküsst. Angeblich wollen wir beide in Beziehung führen, ich bin bereit, du nicht, melde dich, wenn du Single bist. Das ist alles, was man tun muss und dann drehst du dich um und ab dann ist dann nur noch ein Kollege und du datest weiter. So läuft das, das ist die einzige Art, damit umzugehen. Alles andere ist meiner Ansicht nach 3D-Dreck und bringt gar nichts. Außer, ja, dass ihr euch dann irgendwelchen Fantasien ergeht und, ja, Spielchen mit ihr spielt. So, ne, letzten Endes, ne, vermutlich, keine Ahnung. Und wenn er es wirklich nicht kann, dann kann er es halt nicht. Ja, dann ist er eben raus, hat seine Chance gehabt, weg. Also ich hatte neulich so eine Diskussion, wo so ein Video gesagt wird, ich wäre so hart. Ja, ich bin halt nicht so ein Kuschelpaartherapeut, der immer sagt, ja, mach mal. Und er wird eben fremdgegangen und dann ist eben so und mach noch alle und warte nochmal. Oder vielleicht seid ihr ja Seelenverwandte und überlegst sich's nochmal. Und du musst die Arbeit machen und dann kommt der nach und so ein Scheiß. Nein, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist ein anderer, mein Weg ist ein ganz klarer. Wenn jemand nicht das Leben kann oder will, was du leben möchtest, dann ist er eben raus. Und das ist auch nichts gegen diese Person, das ist einfach angewandte Selbstliebe. Und ja, wem das hier zu hart ist, der soll auf so einen Kuschelkanal gehen. Also kein Problem, gibt's so viele von. Und das gilt hierfür auch. Ja, ich kann ja nichts anderes zu sagen. Und meiner Ansicht nach ist es Zeitverschwendung mit solchen Leuten. Und ja, nutzt seine Freiheit, jetzt andere Menschen zu daten, wo ihr mehr gleiche Ziele habt. Er hat auch Kinder, ja, der spielt alles keine Rolle. Ich hab ihm gesagt, dass ich keine Zweitfrau sein möchte. Ja, das wird ihm wohl klar sein. Und er möchte auch keine Affäre, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich kenne natürlich nicht, ich kenne euch nicht, ich weiß es nicht. Somit haben wir beschlossen, dass erst mal Ruhe einkehrt, den privaten Kontakt abgebrochen. Ja, gut, das geht auch schon mal in eine gute Richtung. Aber wir sehen uns täglich auf der Arbeit. Und ja, das kommt halt vor in x Büros jeden Tag. Ja, es ist blöd, aber das Leben geht weiter. Gibt Schlimmeres. Und letzten Endes will er dich nicht richtig. Also insofern, man kann da auch im Kopf einen Schalter umlegen und kann sagen, okay, das war es, das geht. Wir versuchen professionell zu sein, aber möchten beide die Nähe, erlauben uns das aber nicht. Ja, ich, diese Art, wie du da schreibst, ich kann da einfach nicht mehr mitgehen, weil das ist so eine Art, wir sind zwei Königskinder, wir können nicht zusammenkommen. Doch, könnt ihr, er will einfach nicht. Fertig. Er will nicht, 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 er will nicht. Und dann ist er raus. Fertig. Ich finde das auch gut so, denn für mich muss er eine Entscheidung treffen. Ja, absolut. Habe ich eine Chance, dass er sich wirklich von ihr trennt? Also halte ich für sehr gering, aber die Chance ist am größten, wenn du dich umdrehst und weggehst, was ich gerade gesagt habe. Das ist halt die größten Chancen. Ich sage jetzt nicht, dass sie viel größer sind als sonst, aber die sind am größten, sind sie, wenn du, das ist wie beim Auto kaufen, sorry. Wenn da jemand sagt, das ist mein letztes Angebot und du sagst, ja, nee, ich will aber nur 1.000 Euro weniger zahlen und du sagst, alles klar, wunderbar, das war's, schönen Tag, ein gutes Leben, ist die beste Chance, dass der Autohändler dich doch noch anruft und sagst, okay. Aber wenn du sagst, ja, ich weiß auch nicht, ich überlege nochmal, na, eigentlich ist mir 1.000 zu viel und ja, dann wird da wohl nicht viel passieren in einer Verhandlung. und das ist hier auch so. Ich sage jetzt nicht, also die Chancen stehen insgesamt nicht so gut, weil sonst hätte das wohl schon längst gemacht. Ich weiß, lange Affären trennen sich nicht mehr, aber wir hatten nie an der Affäre gehabt und ich werde mich auch nicht drauf einlassen. Es geht nicht um Wett-Sportner, für ihn vielleicht schon, er hat sehr viel Respekt mir gegenüber, aber auch seiner Frau. Ja, also ich will es jetzt nicht in Abrede stellen, vielleicht ist das wirklich so. Wie gesagt, ist ja auch noch nicht viel passiert, nur dann lasst es einfach, lasst den Scheiß da im Büro, ne. Weil das bringt ja nichts, also weil das führt, das führt in ein Dreieck, ich kann es Ihnen sagen. Lasst es einfach. Auch dieses Rumgelaber und dieses lasst es einfach, ihr seid ja jetzt nur noch Kollegen und fertig, ne. Und die Tür ist ja nicht zu, er kann sich ja umentscheiden, ne. Und er weiß, was er machen muss dann, ne. Vielleicht ist es noch wichtig, dass er zehn Jahre älter ist, ne, das spielt glaube ich keine Rolle. Angewicht ist die Ehe schon lange kaputt. Gott, hoffe ich, dass ich das schon gehört habe und da waren die eben überhaupt nicht kaputt und wurden noch Häuser gekauft, Kinder gezeugt und ich weiß nicht was. Aber spielt keine Rolle, ne. Es gibt keinen Sex, das weißt du nicht, da wird so viel drüber gelogen. Eine Paartherapie war ohne Erfolg und er ist sehr unglücklich. Ja, aber er trennt sich nicht. Es spielt alles keine Rolle. Es sind nur, nur Wörter. Es sind nur Wörter. Und ich weiß, dass ihm diese Ehe nicht gut tut. Du mischst dich da viel zu sehr ein. Lass es gut sein. Willst du, dass sich Menschen in deine Ehen einmischen? Ich meine, klar, du hast es jetzt gerade gehabt, ich hatte es nicht viel ausgemacht, aber lass es gut sein. Er ist in einer Beziehung und es entspricht nicht der einen Standards. Lass es gut sein. Hör auf daran rumzuprokeln, würde ich sagen. Mich würde interessieren, wie sowas endet. Das ist keinem guten Zustand. Wie immer. Dreiergeschichte, wo es keine Affäre gibt, doch es gibt eine emotionale Affäre, sagen wir mal ehrlich. Wo vor allem ich meinen Wert kenne. Naja, also wenn du das, ich will jetzt gar nicht sagen, was du deinen Wert nicht kennst, aber wenn du das wirklich ernst nehmen würdest, was du sagst, würdest du aufhören damit. halt auch mit diesem, dass ihr da weiter in irgendwelchen Fantasien angeht, dann würde es das einfach beenden. Einfach beenden. So, ne. Es gibt tausend Männer Modul 1, dass ihr nicht mal drüber nachdenken müsst, warum der andere irgendwas macht oder nicht macht. Ob er es nicht kann, nicht will, verbindungsängstlich ist, ob er wirklich nicht weiß, ob wirklich die Frau ihn nicht gehen lässt, spielt keine Rolle, weil ihr definiert euer Koordinatensystem für euch selber und haltet euch einfach dran. Das ist so simpel. Es ist so simpel, wirklich. Man muss es dann nur tun und das ist natürlich emotional anstrengend, aber, ja. Ähm, so, wo haben wir jetzt? Weiß, Dreiecke gehen nicht und sind kacke. Ja, dann lass sie, das weiß ich, wir sind da kurz rein. Nein, du bist noch mittendrin, weil ihr seid emotional, seid ihr irgendwo im Dreieck. Ich habe daraus meine Schüssel gezogen und hoffe natürlich, dass ihr nachzieht. Es muss ja auch Beispiele geben, wo das anders läuft als üblich. Ja, die kommen bei mir allerdings nicht an. Wird schon geben. Und, ähm, also wenn er sich jetzt auch zeitnah getrennt hätte, würde ich auch sagen, okay, ist jetzt, kommt halt vor, ein Übergang zwischen zwei Beziehungen, ist vielleicht jetzt nicht so wie aus dem Lehrbuch, aber okay. Aber so wie das jetzt hier läuft, äh, bezweifle ich, dass da irgendwas Gutes vorauskommt. so, und, weil so verliebt ist er ja scheinbar nicht in dich, dass er sich da trennen will. ja, und wenn er irgendwann Single ist, ob du dann so auf der Nummer 1 stehst, wie du dir das vielleicht wünschst, weiß ich auch nicht. also, das hört sich für mich nicht nach einer guten Situation an, muss ich ganz ehrlich sagen. ähm, also selten kommt aus, und sagen wir mal ehrlich, das ist eine emotionale Affäre, und, äh, daraus werden selten feste, stabile Beziehungen, ne, äh, das kommt schon vor, aber hier gibt's da gar keine Anzeige dafür, das geht überhaupt nicht voran, ne, also, häng nicht so dran, lass es los, 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 ja, liebe Grüße, liebe Grüße zurück, und wir sehen uns bald wieder, würde ich sagen, gell? Wir sehen uns bald wieder.